Der eisige Großvater Djet Moroz ist eine mythische Figur, die in der slavischen Folklore mit dem Winter verbunden ist und eine Schlüsselfigur bei den Neujahrs- und Weihnachtsfeiern in Russland und einigen anderen slavischen Ländern darstellt. Djet Moroz ist ein großer alter Mann mit einem langen weißen Bart, der einen pelzgefütterten langen Mantel, eine hohe Pelzmütze und einen Spazierstock trägt. Er wird oft von seiner Enkelin und Gehilfin Snegurotschka, dem Schneemädchen, begleitet. Sie ist ein hübsches, winterlich gekleidetes junges Mädchen. Das Djet Moroz hilft, den Kindern in den Weihnachtsferien Geschenke zu bringen und Freude zu verbreiten. Ihre Anwesenheit verleiht den Festtagen einen Hauch von Scham. Die russische Tradition besagt, dass Djet Moroz im hohen Norden wohnt, in einem Land mit ewigem Winter. An Silvester oder Weihnachten reist er in einem Schlitten, der von drei weißen Pferden gezogen wird, um den Kindern Geschenke zu überreichen. Die Kinder werden angehalten, das ganze Jahr über brav und freundlich zu sein, damit Djet Moroz ihnen zur Belohnung Geschenke bringen kann. In der Regel laden die Familien jemanden ein, der sich als Djet Moroz verkleidet und ihre Häuser besucht, um Geschenke zu verteilen und die Freude über das Fest zu teilen. Djet Moroz ist in der russischen und slavischen Kultur eine sehr beliebte Figur, die den winterlichen Geist verkörpert und Kindern und Familien während der Festtage Glück und Freude bringt. Er ist ein Beispiel dafür, wie unterschiedliche Kulturen ähnliche Figuren haben können, die jedoch ihre eigenen Geschichten und Eigenschaften haben. Während der Westen zu Weihnachten den Weihnachtsmann feiert, freuen sich viele in Osteuropa auf die Ankunft von Djet Moroz und Snegoroczka zu Neujahr und vereinen sich in Feiern, Hoffnung und Freude.